Hallo Leute, ich bin der Gangkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video zeige ich euch mal, wie ihr eure eigenen CSGO-Skins machen könnt. Das hat sich mein Abonnent unter dem letzten Skinvorstellungsvideo gewünscht. Und dafür müsst ihr die Konsole öffnen. Und wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Konsole öffnen drückt könnt, dann müsst ihr am ersten hier auf Spieleinstellung gehen. Dann müsst ihr erstmal hier Entwicklerkonsole aktivieren, dass ihr die überhaupt aktivieren könnt. Und dann auf Tastatur und Maus ganz runter scrollen. Und dann hier steht die Taste, womit ihr die Konsole öffnet. Kein Wunder, also keine Angst, wenn ich jetzt die Plus-Taste drücke, steht da Gleichheitstaste. Denn hier werden immer die amerikanische Tastatur angezeigt. Und ja, dann müsst ihr nur noch die Konsole öffnen, wo das nicht immer klappt. Gucken, am besten einfach mal irgendwie auf Inventar drücken. Dann hier irgendwo neben und dann die Taste, um die Konsole zu öffnen. Habt ihr die Konsole nun geöffnet, gebt ihr einfach mal Workshop ein. Und dann wird euch vorgeschlagen, Workshop Public. Oder Startmap oder Workbench. Ihr müsst Workshop-Workbench nehmen. Ich weiß nicht, wie gut man das lesen kann. Ich weiß nicht, ob ich hier auch die Schriftgriffe irgendwie ändern kann. Auf jeden Fall kann ich das ja mal in die Beschreibung packen. Einfach Konsole öffnen, Workshop-Workbench eingeben. Und dann öffnet sich ein neues Fenster. Die Konsole können wir schließen. Als Fenster können wir das irgendwie größer ziehen. Ja, können wir. Okay, ändert sich nicht viel. Von daher lassen wir das einfach mal so. Und dann haben wir halt hier die Auswahl, welche Farben wir irgendwie nehmen wollen. Wenn ihr einfach mal Solid Color, dann hier sieht man schon, was sich auf der Waffe ändert. Könnt ihr einfach mal durchgehen, was ihr da haben wollt. Dann könnt ihr hier halt die Farben auswählen. Bisschen Rot. Nochmal ein bisschen, keine Ahnung, Grün. Wieder blau. Und so habt ihr dann halt eure eigene Waffe designt. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr es halt nicht mit dem Editor machen wollt, könnt ihr das Ganze auch, hier könnt ihr halt noch die Waffe auswählen, könnt ihr auch einfach mal googeln nach der Waffe, die ihr haben wollt. Und dann Vorlage, je nachdem, ob ihr Photoshop habt oder Gimp oder was auch immer ihr benutzt. Und dann gebt ihr einfach mal bei Google das ein. Dann findet ihr auch so Vorlagen, wo ihr das dann halt bei Photoshop und Gimp bearbeiten könnt. Und dann könnt ihr hier unten einfach auf Laden drücken. Und dann könnt ihr die Datei auswählen und die dann hier reinladen, so dass ihr das halt nicht hier in Game so mit den einzelnen Farben bearbeiten müsst. Ich hoffe mal, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ja, hier könnt ihr halt wie gesagt immer noch, könnt ihr ja selber ein bisschen rumprobieren, ein bisschen Farben anstellen. Hier könnt ihr euch das von der Seite angucken. Also das ist nochmal schon mal geiler Skin. Den kann ich eigentlich direkt im Workshop veröffentlichen. Nein, Spaß. Wie gesagt, ich hoffe mal, ich konnte euch helfen und wir sehen hier dieses wunderschöne schwarze Muster. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Ciao.